Nach ihrer desaströsen Fehleinschätzung letzte Woche sind wir zurück im Stall von Käthe und schauen heute, für welches Team sich die Fußball-Expertin entscheidet. Wird Deutschland gewinnen oder Ungarn? Ich würde sagen, Feuer frei! Ich würde sagen, das Orakel hat gesprochen, Käthe hat sich für einen Eimer entschieden. Was es sein soll, können wir noch nicht herausfinden. Sie ist noch fleißig am Fressen. Käthe, lass mich mal da dran. Hey! Es ist eindeutig, Deutschland wird das Spiel gewinnen. Es ist eindeutig, Deutschland wird das Spiel gewinnen.